Wir hatten kürzlich kurz angerissen, dass KI auch für Chip-Design verwendet wird. Also KI, die Grafikkarten, Prozessoren und Co. nicht nur schneller macht, sondern auch Stromverbrauch senkt und durch niedrigere Temperaturen und Geschwindigkeiten stärkere Leistung ermöglicht. Vor ein paar Tagen ist dazu sogar ein richtig schönes Paper rausgekommen, von keinem geringeren als NVIDIA. Wie und vor allem wieso wird also eigentlich KI eingesetzt, um unsere Hardware zu verbessern? Und was könnte das im besten Fall heißen? Ein Chip, wie ein Prozessor zum Beispiel, besteht aus vielen Teilen und Komponenten. Dazu gehören erstens Berechnungseinheiten für einen Prozessor beispielsweise sind das CPU-Kerne, für eine Grafikkarte GPU-Kerne. Auch spezielle Einheiten wie KI-Kerne gehören dann aber auch dazu. Meine 3090 zum Beispiel hat 10.496 CUDA-Recheneinheiten, also mehr als 10.000 dieser Kerne. Mein Prozessor, der 559X, hat 16 Kerne, aber keine Kompromisse. Das ist aber längst nicht alles, denn wenn es nur um die Kerne geht, könnte ich ja auch einfach 16 PCs mit einem Single-Core-Prozessor verknüpfen und alles dann halt verteilen auf die verschiedenen PCs. In fast allen Fällen wird das aber so langsam sein, dass ihr gar keinen Spaß mehr haben werdet. Deswegen zweitens, das liegt daran, dass ihr auch noch andere Komponenten habt. Zum Beispiel den Speicher. Hier wird geschichtet gearbeitet. Der L1-Cache liegt direkt an der Recheneinheit dran, ist aber aus Platzgründen einfach sehr klein für gewöhnlich. Also im Kilobyte-Bereich maximal. Aber gewöhnlich halt unfassbar schnell. Der L2-Cache liegt ein bisschen weiter weg und hat bei mir zum Beispiel 8 Megabyte. Der L3-Cache liegt dann noch weiter weg und kann deswegen noch ein bisschen größer sein. Und dann kommt der RAM. Das, äh, Moment. Das Random Access Memory. Heißt das das oder der? Naja, das sind separate Riegel, die nur über euer Mainboard mit der CPU verbunden sind. Die haben aber mehr Platz, sind aber auch deutlich langsamer dementsprechend. Könnten wir uns 64 Gigabyte L1-Cache leisten? Oh boy! Das würde alles so viel schneller machen. Dann kommen aber noch drittens dazu, nämlich sogenannte Input-Output-Blöcke für Interaktionen mit anderen Medien. Und auch noch viertens Strom und ein paar spezielle Komponenten wie kryptografische Teile, die immer vom Chip abhängen. Und ganz besonders fünftens die Verbindung zwischen den Komponenten. Diese Verbindung bestimmen, ob Signale dreimal so lange brauchen oder halt eben doppelt so schnell sind. Optimieren wir, wie weit unsere Signale auf dem Chip laufen müssen, können wir optimieren, ob unsere Maus zum Beispiel eine Sekunde braucht, bis sie sich bewegt, oder ob sie eine Millisekunde braucht. Und damit wird das Ganze für uns quasi als sofort wahrgenommen. Und all diese Komponenten, wovon es jetzt wirklich viele gibt, wollen erstens so angeordnet werden, dass der Weg der Signale möglichst gering ist. Zweitens gleichzeitig wenig Strom verbrauchen, drittens möglichst kleine Chips bauen, sonst hätte man ja einfach mehr Kerne draufpacken können, wenn ich mehr Platz hätte. Viertens wenig Strom verbrauchen und fünftens auf keinen Fall zu heiß werden, also möglichst wenig Hitze produzieren. Aber trotzdem eben auch die Performance maximal halten. Wird das richtig gemacht, kann auf demselben Platz bei selber Leistung doppelte Geschwindigkeit erreicht werden. Wer würde das nicht wollen? Dieser Prozess, das Ganze sozusagen zu planen, wo liegt eigentlich was, das nennt sich Floor Planning. Floor Planning, also das Planen, wo man welche Komponenten hinpackt auf einem Chip, versucht all diese Bereiche zu optimieren. Klassisch wurde das gemacht mit, naja, meist einer Kombination aus drei Ansätzen. Bei partitionierungsbasierten Ansätzen wird der Chip nach dem Divide and Conquer Prinzip in kleinere Regionen unterteilt. Also aus einem großen Chip macht beispielsweise 16 kleinere. Die Komponenten werden dann aufgeteilt, je nach Funktionalität und Konnektivität und man versucht dadurch, die Wege zwischen den einzelnen Komponenten insgesamt einfach möglichst gering zu halten. Das Einfachste ist hier, die Kommunikation zwischen diesen Sektoren gering zu halten, aber das limitiert halt auch den Chip ein wenig. Es gibt da zwei sehr bekannte Algorithmen, die wir uns gerne irgendwann noch im Detail ein bisschen genauer angucken können. Der sogenannte Kernighan-Lin-Algorithmus, der eigentlich ein Graph-Optimierungs-Algorithmus aus dem Jahr 1969 ist, und der Fiducia-Mathesis-Algorithmus, ich hoffe, den spricht man so aus. Eine Heuristik, um das sogenannte Hypergraph-Bipartitionierungsproblem iterativ zu lösen. Wer hat das verstanden? Und sagt das fünfmal schnell hintereinander. Für hierarchische Chip-Designs funktioniert dieses Konzept an sich wirklich sehr gut. Man teilt auf und löst ein kleineres Problem. Allerdings hängt dieser Ansatz an einer Stelle. Wenn die anfängliche Aufteilung nicht optimal ist, leidet das gesamte spätere Design und kann tatsächlich gar nie optimal werden. Deswegen gibt es zweitens die Hill-Climbing-Ansätze. Die funktionieren ein kleines bisschen anders. Kennt ihr aus meiner Machine Learning-Serie die genetischen Algorithmen? Man nimmt einen Ansatz, der gut geklappt hat, in dem Fall ein Floorplan, und tauscht dort dann immer wieder einzelne Komponenten aus oder verschiebt die ein bisschen. Man mutiert sie sozusagen. Und dann schaut man, was besser ist. Man führt also sozusagen Evolution durch, indem man eben diese kleinen Mutationen erzeugt. Das Ganze funktioniert mit Zufall. Das ist also ein probabilistischer Algorithmus. Dadurch kann ich zwar insgesamt in einem größeren Raum von Lösungen eine bessere Lösung finden und ich bleibe auch nicht so sehr in lokalen Optima hängen. Aber trotzdem sieht man hier das Problem recht schnell. Ich ändere immer nur einen kleinen Teil und schaue dann, wie gut der neue Chip ist. Ist er besser als der alte? Bleibt er? Ist er schlechter? Nehme ich halt wieder meinen alten als Grundlage und ändere was anderes. Dieser Prozess kostet so viel Rechenpower und ist von einem zentralen Faktor abhängig. Was ist eigentlich meine sogenannte Fitnessfunktion? Das heißt, wie bewerte ich, wie gut ein Chip wirklich ist? Optimiere ich auf Performance zum Beispiel oder balanciere ich andere Aspekte wie Kühlung oder Stromverbrauch da auch noch mit rein? Es gibt aber als dritte Option auch noch analytische Methoden. Die formulieren das Floorplanning als mathematisches Optimierungsproblem, was es ja im Endeffekt auch ist. Dann wird mit linearer Programmierung, quadratischer Programmierung oder Gradientenverfahren optimiert und verbessert und minimiert wird sowas wie die Größe des Chips, die Kabellänge etc. Damit können größere Probleme gut verarbeitet werden, mehrere Limitierungen eingerechnet werden und das auch noch effizient berechnet werden. Allerdings ist das Problem eben unfassbar komplex und hängt demnach auch hier stark von eurer Optimierungsfunktion ab. Und weil es eben so komplex ist, ist es nötig es zu vereinfachen. Vor allem für moderne Chips braucht es sonst einfach zu lange zum Berechnen. In der Praxis werden also all diese Methoden kombiniert. Beispielsweise wird ein Chip dann aufgeteilt, dann analytisch eine solide Lösung berechnet und anschließend stochastisch optimiert. Also erst eins, dann drei, dann zwei. Und ja, das dauert wirklich, wirklich lange. Und hier kommt KI ins Spiel. Nvidia hat mit ihrem Paper Auto DMP, Automated Dream Place Based Macro Placement, ein Paper veröffentlicht, das das sogenannte Macro Placement optimiert. Das ist der Prozess, in dem größere Baublöcke angeordnet werden, zum Beispiel Prozessorkerne, Speicherblöcke oder spezielle Kerne. Dabei bestimmt ihr natürlich maßgeblich, wie effizient der Chip läuft. Menschliche Designer geben hier häufig Werte, Richtlinien und Prozesse vor, wie das Ganze eben laufen soll, das was wir gerade besprochen haben also, und sie evaluieren danach das Ganze. Der eigentliche Prozess läuft aber auch hier schon länger quasi automatisch ab. Das Paper von Nvidia beschreibt nun die Nutzung von Dream Place, einem Algorithmus anstelle von oder ergänzend zu den übrigen drei Methoden, denn die Krux bei den bisherigen Algorithmen ist immer, dass es einfach ewig dauert, das zu berechnen. Auto DMP soll 30 Mal schneller sein und hat laut Paper bei 2,7 Millionen Zellen und 320 Makro Blöcken ein ziemlich optimales Design gefunden für einen Chip. Das lief aber innerhalb von wenigen Stunden und vor allem auf Grafikkarten. Das Ding ist, es ist zwar schwer die Grafikkarte zu benutzen, weil man massiv parallelisieren muss, aber wenn man es schafft, dann ist es eben viel schneller, wie eben hier zum Beispiel Faktor 30. Was hier also in Stunden lief, hätte sonst Tage, Wochen oder eventuell sogar Monate gebraucht. Optimiert wurde die sogenannte PPA-Metrik. Power, Performance und Area. Also Verbrauch, Leistung und Fläche. Damit lässt sich relativ leicht abschätzen, wie gut der Chip am Ende ist. Man kann ihn ja vor dem Bau nicht wirklich benchmarken, nicht wahr? Auto DMP basiert auf dem Dreamplace-Algorithmus, der für Deep Reinforcement Learning Makro Placement steht. Dreamplace ist eine Open-Source-Platzierungs-Engine, die Deep Reinforcement Learning zur Optimierung der Makro-Platzierung im Chip-Design einsetzt. Wie genau das mathematisch funktioniert, erfahrt ihr auch hier wieder in der Machine Learning Playlist. Aber hier sieht das so aus. Der Algorithmus verwendet Deep Reinforcement Learning Agenten, um die optimalen Positionen für Makro-Blöcke wie CPU-Kerne, GPU-Kerne, Speicherblöcke und spezialisierte Verarbeitungseinheiten auf dem Chip zu bestimmen. Reinforcement Learning ist das System, wo die Agenten belohnt werden, durch Zahlen, wenn das Ergebnis gut war, und bestraft werden durch negative Zahlen, wenn es schlecht war. Das passiert für gewöhnlich anhand einer Funktion, die optimiert werden soll, wie eben hier der PPA-Metrik. Die Reinforcement Learning Agenten lernen also die Platzierung zu optimieren, indem sie verschiedene Ziele wie Stromverbrauch, Leistung und Chipfläche, PPA, ausgleichen. Und die Agenten erhalten dazu eine Zustandsdarstellung des aktuellen Chip-Layouts und führen Aktionen aus, um die Platzierung zu ändern, tauschen oder verschieben zum Beispiel. Diese Operation wird dann von einem neuronalen Netz berechnet, daher der Zusatz Deep Reinforcement Learning, und sie werden dann dafür belohnt, wie gut diese neue Platzierung, die sie berechnet haben über das neuronale Netz, die PPA-Ziele erfüllt. Und durch diese Belohnung lernen die Agenten mit der Zeit einfach, beziehungsweise die neuronalen Netze hinter den Agenten, eine optimale Strategie für die Platzierung der Makro-Blöcke, um eben den bestmöglichen Kompromiss zwischen Stromverbrauch, Leistung und Fläche zu erhalten. Auch hier wieder diese PPA-Metrik. Durch diesen Einsatz von Reinforcement Learning kann Auto-DMP einen effektiv größeren Suchraum möglicher Makro-Block-Platzierungen effizienter erkunden und dadurch bessere Konfigurationen schneller identifizieren. Im Endeffekt passiert hier aber eigentlich das, was auch passiert, wenn eine KI Schach oder Go lernt. Da wird sie auch belohnt, wenn sie gewinnt, und bestraft, wenn sie verliert. Die Aktion selbst wird aber durch ein neuronales Netz berechnet, also was sie als nächstes tun soll, welchen Stein soll sie wohin moven, oder auch hier, wo soll eben der nächste Makro-Block hin. Es ist also eine Art Spiel für die KI, immer besser zu werden. So, und von den gebauten Layouts, die jetzt wirklich eine Verbesserung zu davor sind, also die entweder Fläche, Leistung oder Verbrauch oder eben eine Kombination davon verbessert haben, genau die werden jetzt von den traditionellen Methoden, wie etwa den analytischen Methoden, genauer untersucht. Das ist also ein zweistufiger Prozess. Der rechenintensive, riesige Suchraum aller möglichen Layouts wird von dem schnellen neuen Algorithmus gemacht und das Feintuning kommt danach. Die Ergebnisse waren bislang zwar nicht immer besser, aber mindestens gleichauf mit den bisherigen Tools und eben 30 Mal schneller. Und manchmal waren die Ergebnisse sogar auch noch besser. Okay, nehmen wir ganz kurz ein bisschen Abstand von diesem ganzen technischen Zeugs. Wir haben also jetzt einen Algorithmus, der große Bauteile nicht wirklich besser, aber dafür deutlich schneller so anordnet, dass Leistung, Fläche des Chips und Stromverbrauch optimiert werden können. Was wir dadurch aber vor allem haben, ist ein schnellerer Prozess, um neue Chips zu entwickeln. Und schneller neue Chips zu entwickeln, bedeutet grundsätzlich schneller mehr Leistung. Schneller an mehr Leistung zu kommen, bedeutet mehr Leistung, um neue Chips zu brechen und so weiter. Ihr versteht, wo das hingeht. Wir können davon ausgehen deswegen, dass mehr und optimalere Algorithmen in naher Zukunft entwickelt werden, die Chip-Designs noch effizienter und schneller machen. Vielleicht kommen auch grundlegend neue Chip-Formen überhaupt erst in Frage durch diese neuen Algorithmen. Und für euch heißt das aber am Ende auch, eure Geräte, Smartphones, CPUs, Grafikkarten, alles könnte in Zukunft schneller und effizienter sein. Also schneller noch effizienter werden, als das ohnehin schon passiert. Was ich nämlich bislang noch nicht erwähnt habe, das ganze Ding ist Open Source auf GitHub, falls ihr es euch selbst mal anschauen wollt. Das ist ein ziemlich cooler Move. Ich glaube, wir können gespannt sein, was das für die Zukunft bedeutet. Bis zum nächsten Mal. Ciao.